Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Doch es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Einen schönen guten Nachmittag. Es ist Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Es ist so ziemlich genau 16 Uhr, weiß ich nicht, 5, 6, 7. Und ich bin mal wieder froh und stolz und glücklich. Immer wenn ich Gäste habe, bin ich froh und stolz und glücklich. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sich hier niemand reintraut, sondern weil ich mich freue, dass sich jemand die Zeit nimmt, mit mir zu sprechen. Und heute ist es jemand, den ich sehr schätze, sehr, noch nicht so gut kenne. Also wir kennen uns ein paar Jahre schon, wir sehen uns leider viel zu selten und trotzdem fühle ich mich ihr sehr verbunden. Und das ist außergewöhnlich und ich will heute herausfinden, woran das liegt und ob wir das irgendwie vertiefen können. Hier ist Miriam Meckel. Hallo, liebe Miriam. Ich frage schon als du stotterst. Ich bin total nervös. Hallo, lieber Serda. Ich freue mich sehr auf diese Therapiestunden mit dir. Finde raus, was du an anderen Menschen magst, unter anderem an deinem Gesprächsgast. Na, ich finde das super. Wir sehen uns wirklich zu selten. Dafür ist es aber immer sehr lustig, wenn wir uns sehen. Unbedingt, ja. Sehr. Miriam, wir haben zwei Stunden vor uns und wir wissen jetzt gar nicht, worüber wir sprechen. Du hast mich eben noch gefragt, gibt es irgendwas, worüber wir sprechen. Ich halte das immer so. Ich möchte mich einfach mit dir unterhalten, über die Dinge, die dich gerade beschäftigen. Vielleicht ein bisschen erklären, woher du kommst, wohin du vielleicht gehst. Vielleicht am Anfang noch ein bisschen zur Erklärung. Wir beide kennen uns, wir haben uns irgendwann mal getroffen, in Istanbul sogar. Genau. Das war abenteuerlich. Nachts um drei haben wir uns kennengelernt. Weißt du das noch? Ja, im Vorhof eines Hotels bei, ich erinnere mich, sehr viel Raki, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und danach haben sich unsere Wege kurzzeitig verloren, nicht getrennt. Wir hatten eine Verbindung und dann kam der Tag, an dem du mich angeschrieben hast und gesagt hast, hast du nicht Lust eine Kolumne zu schreiben für die Vivo? Und das ist das, was ich jetzt sozusagen am häufigsten mit dir erlebe, dass wir ein Arbeitsverhältnis haben, aber wir haben auch ein gutes privates Verhältnis. Wir treffen uns hin und wieder auch und dann unterhalten wir uns sehr gut über Gott und die Welt und so will ich das heute auch halten. Und fangen wir aber zunächst vielleicht doch mit dem an, was ich von dir weiß und korrigiere es, wenn es falsch ist. Du bist Professorin. Richtig. Für was? Für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Was ist Kommunikationsmanagement? Das ist das, was Betriebswirtschaftler sagen, wenn sie irgendwas mit Kommunikation machen wollen. Das heißt im Grunde genommen, dass man die kommunikativen Beziehungen zwischen Menschen, zwischen Organisationen, zwischen Unternehmen und der Gesellschaft analysiert. Guckt, wie verändern sie sich, z.B. durch technische Entwicklungen, Social Media, Facebook, das Internet generell. Wie kommuniziert man anders heute? Wie erreicht man Menschen mit den Botschaften, die man gerne loswerden möchte? Wann funktioniert das und wann funktioniert das nicht? Das sind so, jetzt sehr schnell und banal gesagt, die Dinge, die da eigentlich erforscht werden. Hast du das, also ist das ein Studienfach oder ist das dann am Ende das Berufsbild? Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Studienfächer, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt Journalistik, es gibt Kommunikationswissenschaften, es gibt Publizistik. Bei mir hieß das, als ich das studiert habe, noch Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Aber man muss auch gar nicht das machen, um in dem Bereich später zu arbeiten. Also ich habe z.B. eine ziemlich wilde Kombi studiert aus Sinologie, Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und auch Jura. Wo man denkt, gut, was immer man damit, außer vielleicht Taxifahren, irgendwie realistischerweise machen kann, wusste damals niemand. Aber es hat ja dann ganz gut geklappt bei mir. Und es geht eigentlich darum, dass man eine Mischung für diesen Bereich hat aus Philosophie-Themen, aus soziologischen Themen, sicher auch aus politischen Themen und aus dem, was in der Psychologie über zwischenmenschliche Kommunikation und zwischenmenschliche Begegnungen so alles zusammengepackt werden kann. Das ist das, was mir sofort an dir aufgefallen ist und was mir jetzt schon wieder auffällt. Du bist eine Kiste mit unglaublich viel drin. Also da ist Sinologie, Philosophie. War das despektierlich? Du bist eine Kiste mit unheimlich viel drin? Nein, das kann man nicht sagen. Wenn man das jetzt physisch betrachtet, hätte ich jetzt kurz beleidigt sein können, aber ich nehme das mal nicht so direkt. Du bist eine Überraschungsbox. Du bist eine Truhe, wollte ich nicht sagen. Ein Überraschungsei vielleicht. Also es ist so viel in dem, was du jetzt allein in der Kürze der Zeit aufgezählt hast, dass ich Angst habe, es reicht gar nicht aus, das zu hinterfragen. Sinologie, du sprichst also Chinesisch. Sprichst ist ein Euphemismus, weil ich habe Chinesisch gesprochen. Ich habe tatsächlich mal ein Jahr in Taipei gelebt. In Taiwan. Taiwan, genau. Und das war 1990, ist also ages ago, sehr, sehr lange her. Und als ich da wiederkam, konnte ich wirklich Chinesisch sprechen, auch schreiben, weil ich in einer taiwanesischen Familie gewohnt habe. Und die haben mich einfach an den Tisch gesetzt und haben gesagt, so, Schatz, mach, was du kannst, wie der Rheinländer sagt, und guck, was du mitkriegst. Und dann habe ich tatsächlich eine Menge mitbekommen. Das verlernt man aber sehr schnell, wenn man es nicht anwendet, weil diese Sprache ja wirklich eine ganz andere ist. Das ist eine Zeichensprache. Auf Taiwan spricht man Mandarin auch. Genau, das ist Mandarin. Das ist das Langzeichen Chinesisch, also vor der chinesischen Sprachreform. Sieht sehr schön aus, klingt für unsere Ohren sehr komisch und ist halt eine ganz andere Sprachlogik, als wir sie haben mit einer alphabetischen Sprache. Jedes Wort ist ein Zeichen, was eigentlich sinnbildlich aus verschiedenen Einzelelementen zusammengesetzt ist. Dann, wenn man so zum Beispiel Baum und Quelle ist dann sozusagen das Zeichen für Ursprung oder Frau unter Dach ist das Zeichen für Frieden. Kann man darüber streiten, ob das jetzt sehr sinnvoll ist und sehr realitätsnah. Also so ungefähr funktioniert diese Sprache und insofern ist das echt schwer, die zu lernen. Auch ganz toll, sie zu lernen und man muss wirklich immer drinbleiben, wenn man sie können will. Und dann bist du, also hast studiert Philosophie auch noch und bist Professorin. Also es ist ein Bunch of Fähigkeiten, den du in dir trägst. Und das für ein relativ, Vorsicht, mittleres Alter. Wir sind ungefähr gleich alt. Ich wollte gerade sagen. Du wirkst viel jünger als ich und du bist es auch. Ich habe einfach mehr Haare als du. Das ist das Einzige, was der Unterschied ist. Das war jetzt von dir ein bisschen despektivisch. Nein, aber ich finde es wahnsinnig aufregend und bemerkenswert und spannend, wie viel du da gemacht hast. Wie wird man Professorin? Ist das nicht ein Riesending? Allein schon das? Also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Riesending ist, aber es ist aufwendig und es ist auch anstrengend. Und es gibt da ganz unterschiedliche Wege oder es gab unterschiedliche Wege. Heute ist das nicht mehr so der Fall, weil heute sind die ganzen Karrierewege auch in der Wissenschaft sehr viel streamgeleinter, als das früher der Fall war. Bei mir ist das so gewesen, dass ich eigentlich im Journalismus war. Ich habe zehn Jahre als Journalistin gearbeitet fürs Fernsehen und habe parallel immer Lehrveranstaltungen gemacht, habe auch wissenschaftliche Bücher oder so Bücher an der Grenze zwischen reiner Wissenschaft und Praxis geschrieben, zum Beispiel über Redaktionsmanagement. Und dann habe ich das Angebot bekommen, eine Professur zu vertreten an der Uni Münster, weil dort ein Kollege plötzlich verstorben war und diese Professur eben mit der Ausrichtung auf praktischen Journalismus hin gesucht wurde. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt erst auf die Idee gekommen tatsächlich. Bevor wir darüber weiterreden, der erste Titel und dein Musikgeschmack ist ein Beweis dafür, wie jung du bist. Das ist etwas, was ich, das habe ich verpasst. Placebo zum Beispiel mit Brian Molko als Sänger, glaube ich. Ja, aber so ganz so frisch ist das ja auch nicht mehr. Na ja, gut, aber ich bin so eher in der Daws-Phase hängen geblieben, aber Placebo mag ich sehr. Und du hast in der Liste, die du uns geschickt hast, sowieso ein paar Titel, die ich sehr spannend finde. Der erste, Slave to the Veg, kommt hier und wir reden gleich mit dir weiter. Hier ist die blaue Stunde mit mir, Serdar Somuncu und mit mir im Studio zusammen ist Miriam Meckel, Frau Professor Miriam Meckel. Und wir reden darüber, Miriam, woher du gekommen bist gleich, aber im Augenblick noch ein bisschen darüber, was du gemacht hast in den letzten Jahren. Und du warst in St. Gallen, du hattest deine Professur für Kommunikationswissenschaft, ne? Management. Kommunikationsmanagement. Du bist, muss man dazu sagen, Chefredakteurin noch der Wirtschaftswoche. Du wirst demnächst Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Wir haben erfahren, du sprichst Chinesisch, hast Synologie studiert und diverse andere Dinge. Aber bevor wir jetzt wirklich uns darin verlieren, deine Fähigkeiten zu rühmen, da würden wahrscheinlich die zwei Stunden noch gar nicht für ausreichen. Lass uns ein bisschen verstehen, woher das kommt. Also dieses vielfältige Interesse, das du hast, diese Offenheit, die du für mich verkörperst. Weil ich glaube, eigentlich kommst du aus einem Elternhaus, also ich vermute es, aber ich glaube, du hast es mir auch ein bisschen erzählt, dass er streng ist, oder? Du kommst aus Düsseldorf, du bist Düsseldorferin. Düsseldorferin, ja, genau so ist es, ja. Wie ist es gewesen bei dir in deinem Elternhaus? Naja, also streng schon irgendwie, weil meine Eltern, die beide 1929 geboren sind, sind echte Warbabys, Kriegskinder. Die sind im Zweiten Weltkrieg groß geworden und sind dann, wie man leicht nachrechnen kann, wirklich bis in die weite Jugend hinein von Krieg und Nachkriegszeit betroffen gewesen. Wie viele Geschwister hast du? Eine ältere Schwester habe ich. Und diese Generation, ich habe mich damit irgendwann, leider erst sehr spät, eigentlich so erst nach dem Tode meiner Mutter, mal sehr intensiv beschäftigt, weil mich interessiert hat, wie das kommt. Dass so die ganze Generation oder ein Großteil der Generation meiner Eltern eigentlich sehr stark auf Leistung orientiert war, sehr stark angepasst war an die Gesellschaft, in der sie gelebt haben oder noch leben. Wenig in der Lage war, mit Gefühlen umzugehen und habe mich, da gibt es wirklich zwei, drei ganz tolle Bücher drüber, über diese Generation und wie auch sozusagen, ja fast so emotionale Prägungen genetisch an Kinder, also an die Kinder der Kriegskinder weitergegeben werden. Und insofern ist das für mich so rückblickend eine ganz typische Kinderzeit oder Kindheit gewesen, die ich hatte in einem Elternhaus, was eben vor allen Dingen darauf gerichtet war, die Ordnung zu lieben, die nach dieser kompletten Chaosphase und dieser Bedrohungsphase des Krieges dann aufkam mit dem deutschen Wirtschaftswunder, ja mit der Reetablierung der Gesellschaft, mit den ersten Connections, die man so wieder machte, ja sich zu entwickeln, sich zu vernetzen. Wo eben das alles zählte und man sich anstrengte und wenn irgendwas mal nicht so gut ist, dann riss man sich zusammen. Das ist schon so ein bisschen auf einen Nenner gebracht, wie das bei uns auch war. 29 geboren heißt, Machtergreifung, vier Jahre Krieg, noch dazu 11, 15, also im Pubertätsalter den Krieg erlebt. Wie war das politisch bei euch zu Hause? Hat der Krieg deine Eltern beeinflusst? Kamen sie selbst aus einem Elternhaus, das beeinflusst war? Wo standen deine Eltern? Also das hat meine Eltern sicherlich sehr beeinflusst. Ich würde vermuten, meine Mutter deutlich stärker als mein Vater, weil mein Vater ist auf dem Land groß geworden und hat eigentlich den Krieg eher von der Ferne erlebt. Allerdings schon auch dann mit dem Durchzug von amerikanischen Soldaten mit wilden Geschichten, die er mir erzählt hat und auch heute noch gerne erzählt nach dem Motto, wir tauschen ein Motorrad gegen ein Päckchen Zigaretten und so. Und dann hatten die Jungs mit 15 plötzlich ein Motorrad vollgetankt und sind damit dann über das Land gebraust. Das ist so die Abenteuerdimension gewesen. Bei meiner Mutter war das ganz anders, die kommt auch aus Düsseldorf und meine Mutter ist tatsächlich zweimal in der Kinderlandverschickung gewesen, was ein furchtbarer Horror gewesen sein muss. In Karlsbad, in Tschechien damals, oder Tschechei, wie das damals hieß, in einem umgewandelten Hotel. Die haben gefroren, die haben nichts zu essen gehabt. Die ist von ihrem Vater abgeholt worden und von Fliegern bombardiert worden im Zug. Dann mussten die raus aus dem Zug und haben in den Gräben gelegen und den Angriff abgewartet. Und dann ist die Familie meiner Mutter am Vorabend des Umzugs nach Österreich in Düsseldorf ausgebombt worden und es war alles weg. Gibt es dunkle Flecken in deiner Familiengeschichte? Du meinst im Hinblick auf Nationalsozialismus? Nein, definitiv nicht. Sondern da gab es eine sehr klare politische Haltung, dass es nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und da muss man für einstehen, dass sowas nicht nochmal möglich ist. Und das haben wir auch zu Hause sehr klar so besprochen. Dieser ethische Hintergrund, aus dem du kommst, wirkt der in dir weiter? Also ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, ob du dich in der Kindheit mit Nazi-Sympathisanten auseinandersetzt oder ob du dich mit Menschen, also in dem Fall deinen Eltern oder auch im weiteren Sinne Familienmitgliedern auseinandersetzt, die sehr klar eine Position haben, die gegen Diskriminierung, gegen Faschismus und all diese schrecklichen Varianten von Unmenschlichkeit ausgerichtet sind. Das ist sicher ein Punkt. Und dazu kommt auch, dass meine Eltern schon aus einer sehr christlichen Tradition kommen, die auch gelebt worden ist. Bei der Anfangsfrage, das, was ich als streng bezeichnet habe, ist vielleicht genau das. Und der rheinische Katholizismus hat eine gewisse Strenge, muss man sagen. Aber es klingt auch so, als wären deine Eltern sehr moralische Leute gewesen. Und als hätte sich bei dir etwas von, so wie es bei jedem Menschen ist, Widerstand gegenüber der Autorität hin zu einer Fortsetzung, nicht dieser Autorität, sondern dieses Gedankens entwickelt. Also ich habe das Gefühl, du führst diese Tradition in einer modernen Art und Weise weiter. Das finde ich jetzt erstmal ganz schön, wie du das beschrieben hast. Vielleicht kannst du mir das nachher nochmal aufschreiben, weil das würde ich gerne mitnehmen. Repräsentiert das dein Gefühl? Nein, es repräsentiert tatsächlich mein Gefühl. Es äußert sich anders. Also ich habe nun wahrlich keine besondere Zuneigung zur katholischen Kirche. Ich habe eher ein Rebellionsgefühl gegen dieselbe aus der Situation heraus, dass ich als Frau, die zudem noch mit einer Frau verheiratet ist, einfach da keine Rolle spielen darf. Und ich es unfassbar finde, dass das immer noch so ist im Jahr 2017 und befürchtungsweise auch so bleiben wird, trotz aller Anmutungen, die dieser derzeit amtierende Papst ja gelegentlich mal freundlich von sich gibt, aber ohne daraus wirklich eine Handlung resultieren zu lassen im weiteren Sinne. Und bei mir ist es glaube ich so, dass ich ein, ich glaube ich bin sehr stark durch einen Gerechtigkeitssinn geprägt und wenn ich erlebe, dass irgendwas ungerecht ist, dann kann ich sehr wütend werden und dann kann ich auch einen großen Aktivismus entwickeln und dann ist es auch anstrengend mit mir zusammen zu sitzen, weil dann gibt es wirklich intensive Diskussionen. Das weiß ich und das möchte ich auch ein bisschen hervorlocken heute und ich glaube da ist tatsächlich eine Schnittstelle, über die wir nachher noch weiter reden sollten. Der nächste Titel, Philipp Boa and the Voodoo Club, hat eine Sache, die uns verbindet, nämlich, dass ich den Trommler dieser Band kenne und auch immer so ein bisschen, nicht ganz in der Nähe war, aber so in der näheren Umgebung. And then she kissed her wiederum, ist aber natürlich ein Titel, der gut zu dem passt, was du eben gesagt hast. Wir hören Philipp Boa and the Voodoo Club and then she kissed her, richtig? Yes. Bis gleich. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu. Ja, hier am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Mit mir zusammen ist Miriam Meckel im Studio. Wir unterhalten uns sehr gut und noch lange nicht so, dass wir alle Fragen beantwortet haben oder wissen, wohin die Reise geht. Aber es zeichnet sich eine Tendenz ab, nämlich die, dass ich mein Gefühl, was ich ohnehin schon immer hatte, wenn ich mit dir zusammen bin, ein bisschen bestätigt sehe. Nämlich, dass du zwei Seiten hast. Du hast diese eine Seite, die ja fast schon streng wirkt und sehr gefasst. Du wirkst wie jemand, der sehr stabil ist und auf festen Füßen steht. Und auf der anderen Seite bist du mega crazy. Also du lebst eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was auf dieser ersten Seite steht. Und dieses, nennen wir es nicht Ungleichgewicht, vielleicht diese positive Ambivalenz, die das hat, scheint ja auch etwas zu sein, was du suchst, also was du möchtest. Und was dich jetzt in den letzten Jahren deines Lebens ja auch von etwas befreit zu haben scheint. Das, was ich meine mit von etwas befreit zu haben scheint, bezieht sich auf ein Buch, das du geschrieben hast, nämlich über Burnout und über Depression. Und diese Depression und das Burnout, das du erlebt hast, war ja wahrscheinlich auch Folge einer bestimmten Gefangenen und Befangenheit, die vielleicht sogar aus der Geschichte resultierte, die du gerade erzählt hast. Wie ist es zu diesem Schnittpunkt gekommen und wie ist es jetzt im Moment? Und repräsentierst du diese Ambivalenz und fühlst du dich dabei wohl? Also das ist schön beschrieben mit der Ambivalenz, ja. Ich glaube, das ist so und tatsächlich ist der Burnout oder die Erschöpfungsdepression oder der Zusammenbruch, wie immer man das beschreiben will, gibt es viele blöde Worte für dasselbe Phänomen, ist bei mir der Tipping Point, der Punkt, wo das sich verändert hat. Und das hat dann echt eine ganze Weile gedauert, bis ich das auch so für mich ein bisschen verarbeitet hatte. Und angefangen habe, ich weiß nicht, ob man sagen kann, was zu verstehen oder was anders zu fühlen. Und mein Leben hat sich dadurch tatsächlich verändert. Deshalb so unschön und echt möglichst nicht wiederholungsfähig diese Erfahrung damals war. Das war 2009, 2010. So gut war die, ehrlich gesagt, für mich selber dann mit Blick auf heute, weil sie wirklich was verändert hat. Und ich glaube, dieses ganze Eingezwängtsein in gelernte Lebensformen und Erwartungen und Leistungsorientierung und so, das kann man nicht ganz wegkicken, aber es hat sich schon ein ganzes Stück bei mir verändert. Und ich merke jetzt, dass ich so immer an so Punkte komme, wo ich mich frage, bin ich das eigentlich gerade, die hier so irgendwie herumperformt. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht so, dann muss ich was tun. Und dann verändere ich entweder meine Umwelt, sofern ich kann, vor allen Dingen aber verändere ich mich in dieser Umwelt und schaue, dass ich da wieder ein Stück näher an mich selber ranrücke. Weil ich dann auch, erstens bin ich dann, finde ich mich selber netter dann. Und zweitens bin ich auch ein bisschen ausstehlicher dann. Und ich kann auch mehr bewirken. Und ich bin auch besser in dem, was ich tue, wenn ich nicht so tue, als ob ich irgendeine Rolle wahrnehme, sondern wenn ich einfach das mache, von dem ich überzeugt bin und was ich gut kann. Welche Momente magst du an dir gar nicht? Ich mag bei mir genau die Momente nicht, die du beschrieben hast mit dieser ersten Seite, wenn ich wirklich ganz streng und unnahbar auf andere wirke, weil ich gerade glaube, ich müsste irgendwas nach vorne treiben, was eigentlich gar nicht mein Ding ist, sondern was sich beruflich irgendwie ergibt, weil man irgendwas hinkriegen muss oder irgendwelche Erwartungen da sind oder auch ein erheblicher Druck da ist. Dann kommen manchmal so die Formen zurück, die ich eigentlich an mir eher unsympathisch finde. Eergierst du allergisch auf Erwartungen, die andere an dich haben? Auch du selbst an dich? Ja, manchmal schon, ja. Wie löst du dich dann davon? Indem du Angst verdrängst oder verstehst? Ich glaube, früher habe ich sie verdrängt. Inzwischen gelingt es mir besser, sie zu verstehen. Ich löse mich manchmal auch davon, indem ich irgendwo hingehe und richtig laut rumbrulle mal. Das hilft total. Oder mal herumstampfe auf der Stelle. Also irgendwelche Dinge mache, die auch Energie ablassen. Und ich löse es auch, indem ich morgens so eine Session von einer Mischung aus Meditations-, Yoga- und Atemübungen mache, wo ich wirklich sagen muss, das ist echt irre, was das bewirken kann. Und wie man für sich selber dann in ein Gleichgewicht kommen kann über eine Mischung aus psychischen und physischen Komponenten, die mir helfen, dann wirklich sehr viel balancierter in den Tag reinzugehen. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Kannst du die konkretisieren? Was ist da drohend im Hintergrund zu versagen? Nee, ich glaube, das ist gar nicht so was Konkretes. Also es ist jetzt nicht so, huch, ich habe jetzt diese Aufgabe und vor der habe ich Angst. Sondern ich habe, das sind eigentlich so Angstmomente, die Befindlichkeiten repräsentieren. Leere oder Fallen? Nee, Überforderung, zu viel ist sicherlich eins. Dann ein anderes Moment, was bei mir wirklich eine Rolle ist, Abschied. Das ist was, was ich überhaupt nicht kann. Trennung, Abschied, aber jetzt gar nicht nur in einer Beziehungskomponente, sondern bei mir ist das so, das hat was mit meiner Lebensgeschichte zu tun. Auch wenn ich zum Beispiel mit Freunden im Skiurlaub bin und die anderen fahren früher und ich stehe dann und linke, das kann ich nicht aushalten. Das ist ganz schlimm für mich und der Tag ist dann gelaufen und ich muss mich dann wirklich neu sortieren. Hast du es auch, also ich habe das manchmal, dass ich am Anfang des Urlaubs schon denke, oh, es dauert nicht mehr lang, dann fahre ich wieder zurück. Ganz schreckliche Eigenschaft. Ja, aber nicht nur, dass ich zurückfahre, damit kann ich umgehen. Das ist auch so ein bisschen, das ist, ach schade und dass das jetzt vorbei ist. Aber ganz schlimm ist, wenn jemand anders eher abreißt, als ich das tue. Damit kann ich, egal in welcher Beziehung ich zu demjenigen stehe, schwer umgehen. Ganz schlimm ist natürlich, wenn das wirklich enge Menschen sind, aber es ist insgesamt ein Problem. Ich kann das nicht aushalten. Miriam, wir haben darüber schon mal gesprochen, wie passt dann die Öffentlichkeit dazu? Also warum schreibst du dann ein Buch und gehst damit in die Öffentlichkeit? Weil es unglaublich leicht ist, wenn man solche Situationen glaubt, mit sich selbst auszumachen und sich dabei der Illusion hingibt, es würde einen Unterschied machen. Also bei der Erschöpfungsdepression habe ich für mich irgendwann gedacht, ich glaube, ich schaffe das nicht alleine. Und ich schaffe das auch nicht im Gespräch mit Menschen, die mir nahe sind und mich ja auch unterstützen wollen und mir deshalb Gutes wollen, sondern an der Stelle muss ich einen Druck aufbauen auf mich selber, um wirklich über den Punkt zu springen und nicht einfach wieder ins alte Muster reinzufallen. Und wenn du natürlich öffentlich bist mit so einem Thema, dann weiß das jeder. Und du kannst es auch jedem sagen und du musst es auch jedem sagen, wenn zum Beispiel ein neues Jobangebot kommt, wenn Anfragen kommen. Und bei mir hat das tatsächlich, bei all der Kritik, die es dazu ja auch gegeben hat, hat das funktioniert, weil ich immer einfach gesagt habe, sie wissen, was mir passiert ist und sie wissen auch, ich möchte nicht, dass es mir nochmal passiert. Deshalb, ich werde nicht 24-7 für sie arbeiten. Dieser strenge Blick, den du ja offensichtlich auch auf dich selbst hast, der nicht immer behindernd sein muss, der ja manchmal auch sehr förderlich sein kann, dieser genaue Blick, der im schlimmsten Fall vielleicht zu einer übermriesgigen Selbstkontrolle führt. Ist der auch außen? Bist du jemand, der genau guckt, was passiert? Wenn du jetzt, du sitzt als Chefredakteurin jeden Tag an deinem Schreibtisch, du kommentierst das Weltgeschehen unmittelbar. Merkst du, dass das auch nach außen so ist wie nach innen? Oder kannst du da mal eine 5 gerade sein lassen und sagen, ach komm, auf die Schlagzeile verzichte ich? Doch, ich kann schon eine 5 gerade sein lassen. Also es gibt bestimmte Sachen, auf die ich verzichte, weil ich einfach keinen Bock habe, mich damit auseinanderzusetzen oder weil ich auch auf dieser Ebene nicht arbeiten will. Also eine schnelle Lachnummer oder ein schneller Öffentlichkeitsgewinn, einfach nur, weil ich dann eine Botschaft rausschießen kann, die Aufmerksamkeit erzielt, die aber vielleicht nicht ganz so fair ist oder nicht ganz so meinem Standard entspricht. Das würde ich dann schon lieber lassen. Ist es etwas, was du an anderen kritisierst? Nee. Ist die Presse heutzutage sehr schnell? Sie ist schneller geworden, klar, durch Internet, durch alle Entwicklungen. Aber das muss, finde ich, das muss jedes Medium und auch jeder für sich selber entscheiden. Das habe ich gar nicht zu beurteilen. Ich habe nur für mich eine Idee, wie ich gerne arbeiten möchte und wie auch eine Redaktion arbeiten sollte. Und in dem Umfeld, wo ich bin, würde ich dann versuchen, das umzusetzen. Ansonsten würde ich noch eine, also ich glaube, was hilft, ist eine genaue Beobachtungsgabe. Und das ist etwas, was ich schon, glaube ich, habe. Ich gucke sehr genau hin. Ich kann auch ganz genau beobachten, wie Dynamiken in Redaktionskonferenzen, in sozialen Umfeldern sind. Und ich sehe dann, glaube ich, mehr, als manche glauben, dass ich sehe, im Guten wie auch im Schlechten. Und ich bin nicht jemand, der dann nur hinguckt und sagt, da muss man jetzt was machen, da müssen wir was verbessern. Das meinte ich. Jetzt hast du es genau verstanden, ja. Es geht auch darum, dass man manchmal sagen kann, ich muss den jetzt kritisieren, aber ich habe eine Empathie dafür, dass ich weiß, warum der oder die jetzt so reagiert. Und im Zwischenmenschlichen, im Vier-Augen-Gespräch kann man das auch nochmal ganz anders aufgreifen dann. Also das ist, glaube ich, schon so. Jetzt hast du es, ich habe es vielleicht ein bisschen umständlich formuliert. Tatsächlich meinte ich das. Vielleicht ist das Wort Strenge da auch ein bisschen fehl. Es geht eher um eine Schärfe. Es geht um eine Tiefenschärfe, die du nach innen, aber auch nach außen hast. Und die spüre ich eben sehr stark, auch wenn wir zusammen sind. Und die bewundere ich zugleich. Björk ist der nächste Musiktipp. Ich finde, in deiner Liste passen die Sachen. Also es ist so wie, eigentlich hast du es komponiert, ohne es zu merken vielleicht. Aber auch Björk, Violently Happy, kommt aus einer Zeit ähnlich wie die anderen und repräsentiert ja sowas Bittersweetes, finde ich. Die hat eine unglaubliche Kraft, die ist aber gleichzeitig auch introvertiert. Gewaltsam glücklich zu sein ist ja auch eher schwierig, aber es hat trotzdem was. Ja, Violently Happy, hören wir rein, Björk. Hier mit mir ist Miriam Meckel in der Blauen Stunde am Sonntag. Zwischen, ich weiß nicht mehr, ich habe die Zeit vergessen. Hier ist die Blaue Stunde mit mir, Serdar Somodju und Miriam Meckel. Miriam, wie ist das? Man sitzt da in so einem Büro, man ist Chefredakteurin, bald Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Wie geht es so einen Tag ab? Also wann bist du im Büro? So gegen neun, wenn ich im Büro bin. Deshalb sitzt man so im Büro, ist schon mal die erste Annahme, die oft gar nicht stimmt, weil ich wahnsinnig viel unterwegs bin. Der Job hat sich total verändert. Du bist deine Chefin, also das ist immer lustig. Ich kenne dich ja privat und als ich dann so diesen anderen Teil gesehen habe, habe ich mich nicht erschrocken, aber ich habe gemerkt, oh, das ist ja die Chefin hier. Also da sind viele Leute, die für dich arbeiten und du hast, glaube ich, ein großes Büro, in dem du sitzt. Also so groß ist das nicht, das ist ganz schön, aber es ist jetzt irgendwie nicht riesig und es ist irgendwie halt ein Büro. Dein Tisch, habe ich gesehen, ist voll. Du hast ganz viele Zeitungen auf dem Tisch liegen. Genau, viel Papier noch, erstaunlicherweise. Ein bisschen chaotisch ist mir aufgefallen. Da habe ich gedacht, aha, guck mal, die Miriam ist eine Chaotin. Das hat schon einen Sinn. Das wirkt mit Außenblick chaotisch. Wenn du mich fragst, den Artikel, Dings und Bums, den du da abgelegt hast, find den, dann brauche ich da keine zehn Sekunden für. Ich weiß genau, in welchem Stapel der, auf welcher Höhe liegt, wie der aussieht und habe ihn sofort. Bist du zu Hause denn auch? Ja. Aha, okay, gut. So, und dann bist du nicht immer im Büro, du bist dann in charge sozusagen. Was ist dein Job? Was musst du in der Woche machen? Also ich versuche, oder habe jetzt im Chefredakteursjob tatsächlich versucht, dass ich so montags bis mittwochs relativ intensiv da bin. Auch Donnerstag morgens noch, weil wir haben jeden Morgen Konferenz, wo wir sozusagen die Entwicklung der Website, der aktuellen Themen und auch der Magazinausgabe natürlich miteinander besprechen in der Redaktion. Und dann wird eben vieles umgesetzt. Es muss ganz viel auf dem kurzen Wege geklärt werden, hin und her diskutiert werden. Sowas entwickelt sich ja aus der Diskussion und nicht durch Entscheidung von irgendjemandem. Ob das Titelbilder sind, ob das der Lauf von Geschichten, von Titelgeschichten sind, Themenauswahl. Und da ist es natürlich gut, wenn man da ist. Entscheidest du? Ja, klar. Also Titelblatt schlägt dir jemand vor, du sagst, nee, lieber ein anderes. Naja, also wir haben verschiedene Entwürfe dann. Wir diskutieren darüber, auch in der gesamten Chefredaktion, auch in der gesamten Redaktionskonferenz. Entwickeln dann Varianten, kleinere Ideen, die werden dann nochmal umgesetzt. Aber am Schluss muss ich natürlich entscheiden und das tue ich auch. Was machst du mit unangenehmen Entscheidungen, Leute rauswerfen? Wie gehst du damit um? Naja, ich versuche sie sehr gut vorzubereiten. Ich versuche vor allen Dingen erstmal hinzugucken, um mir ein Bild zu machen und zu entscheiden, ob das wirklich dann der richtige Weg ist. Aber wenn es der richtige Weg ist, dann muss man diese Entscheidung treffen. Also eine Führungsposition mit nur schönen Entscheidungsmöglichkeiten gibt es nicht. Das ist wie in der Beziehung. Da gibt es auch nicht nur Tage mit total himmelblauen oder rosaroten Perspektiven, sondern auch da muss man sich über Dinge auseinandersetzen und muss mal sagen, hör mal, so ist jetzt gerade blöd. Wie oft hast du schon ungerecht entschieden? Oh, sicherlich häufig schon. Und dich dann geärgert, geschämt? Ja, mich geärgert. Ich kann mich auch entschuldigen. Ich kann mich auch entschuldigen für, wenn ich zum Beispiel mal ausraste, das passiert jetzt Gott sei Dank nicht häufig, aber es kann mal passieren. Und das ist zum Beispiel was, was nicht passieren sollte. Und dann kann ich mich auch entschuldigen und sagen, es ist Mist gelaufen, tut mir leid, hat daran gelegen, aber sollte trotzdem nicht vorkommen. Das passiert natürlich. Bist du eine Karrierefrau? Ja, irgendwie wahrscheinlich schon. Also ich glaube, wenn man von außen guckt, würde man das auf jeden Fall sagen. Komisch, dass es den Begriff Karrieremann nicht gibt, ne? Genau. Nö, weil das ist ja auch normal. Bei Männern ist das ja ganz normal. Bei Frauen ist es ungewöhnlich, weil sie das früher so nicht gemacht haben und weil es auch heute noch immer so ist, das erlebe ich leider auch gelegentlich immer noch, dass man da hinguckt und sagt, ui, das ist aber überraschend. Und erfolgreiche Frauen sind sofort Karrierefrauen. Ja, und sie sind, glaube ich, auch an manchen Stellen immer noch bedrohlich. Insbesondere für erfolgreiche Männer. Wie ist deine Frauenrolle in dir selbst? Bist du mit dir zufrieden als Frau? Wie viele Stunden haben wir, Sada? Ist die Frage zu intim? Nee, gar nicht. Ich glaube nur, erst mal ist das eine schöne Frage. Da muss ich nämlich drüber nachdenken, um zu antworten. Das macht eine Frage schon mal gut. Aber es ist auch eine total komplizierte Frage. Wann bist du denn die Frau, die du bist? Bist du immer die Frau, die du bist oder bist du manchmal auch eine Frau, die du gerne wärst? Oder eine, die andere Leute von dir gerne hätten? Ich bin, glaube ich, vor allen Dingen eine total unterschiedliche Frau. Also ich glaube, dass ich zwischen meinem öffentlichen Frau sein und meinem privaten Frau sein, dass es da ziemliche Welten gibt zum Teil. Kann ich bestätigen. Kannst du schon bestätigen? Ja, glaube ich, andere Menschen gäbe es, die könnten das noch mehr bestätigen. Ja, ganz sicher. Ja, ja. Dann, so die Tonlage sich verändert und die ganze Ansageform sich verändert und dann entsteht Irritation. Bist du auch Tussi? Nee, ich glaube, das bin ich nicht. Magst du nicht so Tussi-mäßige Sachen? Keine Ahnung, das ist Tussi. Was sind Tussi-mäßige Sachen? Lass mal überlegen. Zeig mal deine Fingernägel, die sind lackiert, das ist nicht Tussi. Einkaufen, shoppen, hochhackige Schuhe. Du trägst heute Sneaker. Und es gibt ja, also ich stelle es mir so vor, Frauen, die auch Spaß daran haben, in dieser übertrieben femininen Rolle zu sein. Naja, übertrieben ist ja schon eine Wertung. Ich gehe jetzt aufsichtlich ein bisschen weiter, um dich ein bisschen zu ködern. Also ich kann hochhackige Schuhe tragen, darauf muss ich mich aber mentalmäßig vorbereiten. Wochenlang? Wochenlang. Und ich hasse es ehrlich gesagt auch, weil ich einfach nicht wirklich gut darin laufen kann. Und weil ich auch die ganze Balance, meine ganze Körperbalance, habe ich das Gefühl, wird beeinträchtigt durch diese Schuhe. Wenn es irgendwie anders geht, lasse ich es. Was ist mit Miniröcken? Wann hast du das letzte Mal einen Minirock getragen? Hast du überhaupt schon mal einen getragen? Im Sommer, also so Kleider, eher so Mini-Kleider, im Sommerurlaub und so schon. Hier ist es ja selten wettermäßig der Fall, dass man das kann. Ich würde jetzt nicht im Minirock in die Redaktion gehen. Aber ich bin schon mal, eigentlich ist es auch eher selten, im Rock in der Redaktion gewesen. Ich ziehe auch Kleider an, ich ziehe aber eher dann auch Anzüge oder einfach eine Jeans mit einem Jackett an. Also insgesamt bin ich eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen easy in dem Kleidungsstil, was Gott sei Dank in dem Umfeld, in dem ich unterwegs bin, auch gut geht. Und das hat aber nichts mit deinem Geschlechterselbstverständnis zu tun? Nee, das hat einfach was mit meinem Wohlfühlen zu tun. Ich möchte gerne so arbeiten, dass ich nicht ständig davon abgelenkt werde, dass irgendwas zwickt oder ich Rückenschmerzen vom Stehen auf hohen Schuhen kriege oder sonst irgendwas. Hast du das immer auch schon als Kind so gehabt? Also als Kind habe ich sehr selten hohe Schuhe getragen. Als Mädchen? Ja, ich glaube schon, ja. Sehr spannend. R.E.M. Ich muss ablenken. R.E.M., auch eine Band, die sozusagen parallel zu mir gelaufen ist. Wie heißt der Stipe mit Vornamen? Mark Stipe? Michael Stipe, genau. Aber trotzdem auch wieder passt R.E.M. Miriam Meckel, Blaue Stunde. Bis gleich. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu Doch es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag Als die Blaue Stunde an einem grauen Tag Hallihallo, hier zur zweiten Stunde mit mir, Miriam Meckel. Der Esel nennt sich immer zuerst. Miriam Meckel und mir, so ist es. Ich habe immer noch durch und durch die patriarchalischen Sendestrukturen im Kopf. Aber die werde ich mir jetzt schnellstens abgewöhnen. Miriam, wir haben vor der Pause darüber gesprochen, wie du dich selbst als Frau siehst. Natürlich hatte ich einen Hintergrund, als ich dir die Frage gestellt habe. Ich finde es immer bewundernswert und schwer nachzuvollziehen, weil ich natürlich ein Mann bin, wie man sich heutzutage als Frau durchsetzt und wie man in diesem Spannungsfeld aus Tradition, aus Selbstverwirklichung seinen Punkt findet, an dem man glücklich ist. Ich kenne das von vielen anderen Frauen, dass sie sagen, ja, auf der einen Seite möchte ich mich verwirklichen, auf der anderen Seite fällt es mir schwer. Ich bin bestimmten Parametern ausgeliefert. Ich muss Entscheidungen treffen in meinem Leben, die richtungsweisend sind. Und das bewundere ich sehr, weil ich das für eine große Herausforderung halte. Bei dir habe ich das Gefühl, hast du das gefunden? Also ich habe das Gefühl, du bist nicht abgeschlossen, aber du bist an einem Punkt angekommen, mit dem du erst mal sehr zufrieden bist, auch als Frau. Ich frage das bewusst noch mal in Bezug auf die Frage, die ich dir eben gestellt habe. Ja, das ist so. Das würde ich für mich selber, würde ich das auch so sehen. Allerdings mit der Zusatzanmerkung, dass das immer noch nicht einfach alles selbstverständlich ist und dass wir auch nicht an dem Punkt angekommen sind, wo man nicht was dafür tun muss, Mann und Frau was dafür tun muss, dass das so funktioniert. Also, um es mal direkter zu sagen, Feminismus ist kein abgeschlossenes Projekt in unserer Zeit. Hättest du gerne Kinder gehabt? Noch? Wie auch immer? Wenn ich gerne welche hätte, hätte ich welche. Ich will damit nicht sagen, dass ich nicht gerne welche hätte, aber es hat sich jetzt für mich tatsächlich so einfach nicht ergeben und ich habe nie die Situation gehabt, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss das unbedingt machen, weil dann hätte ich es gemacht. Diese berühmte innere Uhr hat bei dir nie getickt? Nein. Interessant. Ist die Entscheidung zu heiraten, dann ein Versuch eine Zwecktradition zu erfüllen? Warum spielt dann heiraten so eine Rolle, wenn du doch in dem, was du tust, sehr frei bist? Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das machen würde, bis vor etwa anderthalb Jahren. Was hat dich dann dazu gebracht? Ein Gefühl, dass ich plötzlich gedacht habe, ich bin eigentlich angepasst an meine eigene Ablehnung von Spießigkeit, nicht heiraten zu wollen, die ich aufrechterhalte als Widerstandsmaßnahme. Mein Gefühl sagt mir aber was anderes und ich bin so frei, sagen zu können, ich befreie mich auch von der vermeintlichen Widerstandshaltung gegen das Heiraten, weil es sich einfach für mich anders anfühlt. Ist das häufiger in deinem Leben schon passiert, dass du gemerkt hast, je mehr ich lebe, umso mehr verstehe ich, was zum Beispiel meine Eltern meinten? Also jetzt macht ja plötzlich heiraten Sinn. Das hast du vor 20 Jahren nicht gedacht. Genau, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht geheiratet, weil ich verstehe, was meine Eltern meinten, sondern ich habe geheiratet, weil ich verstanden habe, nee, blöd, nochmal, ich habe geheiratet, weil ich gefühlt habe, was ich fühle. Und das ist der einzige Punkt, der dabei eine Rolle spielt. Ich meine, eigentlich wird man mit dem Alter spießiger. Ah, das ist eine interessante Frage. Das war die Frage. Ich habe mich nicht getraut. Nee, ich glaube nicht spießiger. Ich glaube schon, dass man möglicherweise Positionen verändern kann. Ich will eigentlich eher sagen, man wird entspannter. Also meine Veränderung im Hinblick auf das Heiraten habe ich bei mir selber eigentlich als eine Entspannung erlebt. Ich muss nicht mehr auf die Palme gehen, wenn es um Heiraten geht, nach dem Motto, nie lebe ich in dieser verspießten, konservativen Form der Zweisamkeit, die jeden Menschen einengen muss. Sondern ich habe irgendwie gedacht, cool, wenn ich doch jemanden liebe, dann kann ich auch heiraten. Du bist gelassener geworden. Ja, irgendwie schon. Auch in Bezug auf Emanzipation? Nein. Dein Blick war gut. Nee, also ich glaube tatsächlich, da gibt es noch Arbeit. Und da bin ich pain in the ass für viele. Ich bin zwar noch jemand, der immer Studentinnen und Studenten, Professorinnen und Professoren, Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sagt, auch wenn das doppelt so lange dauert. Machst du Männern Angst? Keine Ahnung, möchte ich nicht. Und wenn ich Männern Angst mache, würde ich mit denen gerne darüber reden, was mit ihnen los ist, dass das der Fall ist. Machen Männer dir Angst? Nee. Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber ich möchte ein Gefühl. Nee. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie jemandem mit einem Morgenstern in der dunklen Unterführung begegne, nein. Was ist denn Emanzipation für dich? Wovon emanzipierst du dich? Emanzipation heißt einfach, dass man den Zustand beendet, dass Frauen und Männer unterschiedlich behandelt werden, unterschiedliche Rechte und unterschiedliche Möglichkeiten haben. Findest du, dass Emanzipation oft gleichgesetzt wird mit Gleichstellung? Dass Frauen weniger daran arbeiten, ihr eigenes Rollenbild zu definieren, als dem Rollenbild der anderen, der Männer nachzuahmen? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es geht wie in vielen anderen Bereichen, nicht nur in den Gender-Themen, darum, dass man Chancengerechtigkeit hat. Ich will nicht Gleichstellung in den Ergebnissen. Ich will nicht, dass für alle das Gleiche dabei rauskommt. Dann wäre die Welt ja auch furchtbar langweilig. Aber ich möchte Chancengerechtigkeit, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer, dass Frauen die gleichen Möglichkeiten gegeben bekommen, was ihre beruflichen Entwicklungen, was ihre private Lebensgestaltung angeht. Was sie dann daraus machen, ist ihr Ding. Was ist die Rolle der Frau für dich? Gibt es da eine definierbare? Nö. Die Rolle der Frau ist die, die sie für sich selber als Mensch, als Individuum, aber auch als Mitglied einer Gesellschaft entwickelt und umsetzen möchte. Also gibt es eigentlich gar keine Geschlechterrollen? Also für mich in der Wahrnehmung nicht. Zum Beispiel, klar, wir haben die Situation, dass biologisch Frauen noch die Kinder kriegen. Ich glaube, dass sich das in einigen Jahrzehnten geändert haben wird, weil der medizinische und biowissenschaftliche Fortschritt es möglich machen wird, dass wir andere Formen von Reproduktion entwickeln. Ich weiß, dass das für manche schreckliche Vorstellungen sind, aber es wird so sein. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich glaube, dass eine Partnerschaft, eine Familie darum geht, dass man das aushandeln muss und dass die Rollen, die früher festgelegt waren, heute eigentlich nie mehr festgelegt sein dürfen. Und das ist etwas, wo ich mich tatsächlich komplett verweigert hätte. Wenn ich jetzt in einer heterosexuellen Beziehung leben würde mit Kindern, würde ich ganz sicherlich nicht diejenige sein, die zu Hause sitzt mit den Kindern und der Gemahl geht arbeiten und trifft sich abends in der Kneipe mit Freunden. No way. Gutes Statement. Kann ich nichts zu sagen. Nicht mehr zu sagen. Es stimmt einfach. Massive Attack Unfinished Sympathy ist der nächste Track. Gibt es eigentlich eine Geschichte zu den Tracks, die du ausgesucht hast, oder ist es nur so deine Lieblingsmusik? Also du hast bei den Vorherigen ja schon gesagt, das ist so aus der Zeit, wo ich so in meiner vollen Partyphase war und ich habe wirklich eine sehr intensive Partyphase gehabt. Schon Donnerstagsabends bis Montagsmorgens durchgefeiert und da war diese Musik eigentlich immer dabei. Und es gibt so manche Lieder, zum Beispiel was wir eben gehört haben, Electrolight von R.E.M. Das beschreibt ja den Mulholland Drive in Los Angeles, der sozusagen durch ganz Hollywood sich durchzieht. Eine wunderschöne Allegorie zum amerikanischen Traum. Der gerade ja leider etwas den Bach runter geht und zu dem ich mich sehr verbunden fühle. Also ich reise gern durch die USA, durch diese weiten Landschaften, gerne alleine, einsam. Und das sind so die Musiken, die ich dann dabei auch höre. Super Überleitung, weil gerade darüber wollte ich gleich mit dir sprechen. Hier bei mir im Studio Miriam Meckel in der Blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Wir sind immer noch bei der Blauen Stunde. Es ist sehr behaglich, ein bisschen romantisch. Weil ich eine sehr spannende Frau hier mit mir im Studio habe, Miriam Meckel. Und nachdem wir jetzt so ein bisschen ausgehend von deinen Fähigkeiten und deiner Professur auf deine Herkunft zu sprechen gekommen sind und von dort aus auf dein Verständnis, dein Selbstverständnis, aber auch dein Verständnis von Emanzipation und der Frauenrolle, möchte ich so ein bisschen weiter weg gehen in das, was du tust. Nicht nur als Chefredakteurin, als Herausgeberin demnächst der Wirtschaftswoche, sondern auch in das, was du repräsentierst. Du bist ein für mich sehr kluger Kopf und das, was du zu sagen hast und das, was du zu schreiben hast, ist maßgeblich. Wenn du etwas schreibst, wird das wahrgenommen. Ist es im Moment so, dass dir bei der Entwicklung der Welt manchmal auch die Worte fehlen? Ja, das ist schon so. Oder zumindest kommen sie nicht so schnell, wenn man beschreiben will, was da passiert und interpretieren will, was da passiert. Und ich glaube, manchmal ist es im Moment auch ganz, ganz wichtig, dass man in dieser Eiligkeit der Welt mal innehält und überlegt in Ruhe, bevor man was kommentiert oder was analysiert. Weil es ist schon kompliziert geworden an vielen Stellen. Wo siehst du die großen Konfliktfelder unserer Zeit? Oh, da gibt es... Wenn wir mal nur die letzten sechs Monate betrachten, seit Amtsantritt von Donald Trump, kleiner Wink mit dem Zaunfall. Also Trump ist natürlich ein Punkt. Trump ist für mich eine echte Challenge, eine Herausforderung, eine Bedrohung auch für mein Bild eines radikal freiheitlich orientierten Amerikas. Hat Obama das repräsentiert? Ja. Auch im Ausland? Ja, hat er für mich repräsentiert. Ich glaube, dass bei allen Kritikpunkten, die man auch Obama natürlich entgegenbringen kann, dass der etwas beigetragen hat oder etwas geleistet hat für die USA, was immer noch gar nicht wirklich klar ist allen, nämlich den Sympathiefaktor für dieses Land gerade in der Weltgemeinschaft doch sehr, sehr nach oben zu treiben. Das war kein Kunststück, weil George W. Bush war, glaube ich, einer der unsympathischsten Präsidenten, die man nie hatte. Gut, man muss jetzt mal die aktuellen Entwicklungen abwarten, ob dieser Vergleich noch so richtig ist. Aber das ist schon so. Und diese Veränderung der Rolle der USA, gebe ich ehrlich zu, trifft mich persönlich, weil ich ganz gerne in diesem Land bin. Aber ist natürlich auch für die weltpolitischen Zusammenhänge, für die transatlantischen Beziehungen, für die Perspektiven von Freihandel und so, ist das echt einschneidend, was immer sich jetzt weiterentwickelt. Aber erstmal haben wir jetzt Rahmenbedingungen gesetzt, die jetzt nicht positiv sind. Die Instinktpolitik, die Donald Trump betreibt, ist es die richtigere Antwort auf die Unberechenbarkeit des Weltgeschehens? Es ist die einfache Antwort. Die richtige ist es nicht. Es ist die populistischere Antwort? Ja, es ist eine populistische Antwort. Und er hat damit ja auch, selbst wenn er nicht die Mehrheit des Popular Vote bekommen hat, hat er damit die Wahl gewonnen. Das ist nun mal ein Faktum, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und da kommen wir auch nicht drum rum. Ich finde das auch richtig, das zu tun. Trotzdem kann man das natürlich kritisieren und man kann es vor allen Dingen analysieren als eine Zeitenwende, die ja nicht nur in den USA stattfindet, sondern die an vielen anderen Stellen auch stattfindet. Wenn du nach Osteuropa schaust, wenn du in die Türkei schaust, das wirst du ja sehr intensiv tun, haben wir ähnliche Entwicklungen, wo man sich Sorgen macht, um eigentlich einen Prozess, wo man sagt, Mensch, die Türkei, die war vor Jahren das baldige EU-Mitglied. Das ist so weit weggerückt in alle Ferne, wenn es jemals wieder reaktivierbar ist. Ich weiß es nicht, dass man sich schon etwas beängstigt fragen kann, was passiert hier eigentlich gerade? Was ist die Antwort auf das Genre Populismus? Ich glaube, die Antwort ist der Versuch, die komplizierten Verhältnisse in der Welt besser zu erklären, runterzubrechen, auch bei den menschennahen Themen anzufangen und nicht immer bei den ganz weiten, hohen politischen Zielen, um die Berührtheit der Menschen, die Sorgen, die damit auch verbunden sind, wirklich aufzugreifen. Das ist ein Punkt. Ich glaube, dass die Antwort darin liegt, dass viele Formen der Verfasstheit des politischen Systems so nicht mehr funktionieren. Also Parteiensysteme funktionieren, glaube ich, nicht mehr so. Also war die Politik verdrossen, hat ein Vorläufer des Populismus? Ja, glaube ich. War die Politik zu weit weg vom Populus? Sie war zu weit weg davon, sie war auch zu selbstverständlich, sie war auch zu selbstbezüglich an vielen Stellen. Zu selbstverliebt auch? Vielleicht auch selbstverliebt, aber vor allen Dingen selbstbezüglich. Also das politische System ist schon eine Blase, in dem man irgendwie herumschwimmen kann, ohne zu wissen, dass da draußen auch noch ein paar andere Fische unterwegs sind. Überfordert denn Politik nicht den einfachen Bürger? Allein dadurch, dass es sehr schwer zu verstehen ist, in welchem Gefüge wir uns befinden? Das mag ja sein, aber ich finde, das ist kein Argument, weil jeder Mensch lebt in dieser Welt. Und er lebt in einem Dorf, in einer Kommune, er lebt in einer Stadt, er lebt in einem Bundesland in Deutschland und er lebt eben in Deutschland oder sie. Und das heißt, damit muss ich mich auseinandersetzen. Ich finde, es gibt keine Legitimation als Bürgerin oder Bürger zu sagen, das ist aber kompliziert, will ich nicht. Inwiefern siehst du deine Verantwortung als Vermittlerin zwischen Politik und Bürger? Ja, würde ich schon sagen, dass das unsere mediale Verantwortung ist. Vermittlerin zwischen Politik, Wirtschaft, auch ein wichtiger Punkt, gesellschaftlichen Tendenzen, sozialen Fragen und Bürgerinnen und Bürgern. Das ist das, was wir machen müssen. Und das ist eine komplizierte Aufgabe, aber sie ist machbar. Also bist du eine Übersetzerin eigentlich auch? Ja, in Ansätzen schon. Also erstmal bin ich eine Übersetzerin, weil wenn die Sprache nicht verstanden wird, dann kann ich nicht irgendwas analysieren, dann kriegt keiner mit, was ich eigentlich da versuche zu analysieren oder zu interpretieren. Gut, also wenn ich jetzt zum Beispiel TTIP nicht verstehe. Ich nehme mal an, ich bin normaler, durchschnittlicher, politikinteressierter Bürger. Es wird von TTIP gesprochen, Trump will es abschaffen, die Europäer wollen es haben oder wie auch immer. Aber dann lese ich die Wirtschaftswoche, um herauszufinden, was es bedeutet und was du davon hältst oder wie ist dieser Prozess zu verstehen? Also ich will nicht diesen technischen Vorgang, das ist mir ganz klar. Aber ich will wissen, wo du dich da siehst. Also ob du deinen Wert, deine Meinung, deine Haltung dazu gibst und gleichzeitig damit ja auch in gewisser Weise manipulativ bist oder ob du es mir überlässt und dich als ganz sachliche Vermittlerin zwischen mir und der Nachricht siehst. Also es kommt auf das Format an. Bei uns ist es so, dass du sachliche Informationen bekommst, um dir erstmal über die Fakten eine Meinung bilden zu können. Und die Meinungsbildung ist dann erstmal das, was du als Leser oder als Leserin damit machen kannst. Wir haben aber auch Meinungsformate. Dazu gehört zum Beispiel mein Editorial am Anfang der Vivo. Und da positioniere ich mich auch durchaus mal sehr dezidiert. Und das muss ja auch möglich sein. Daran kann man sich dann reiben. Ich erwarte nicht, dass jeder, der es liest, damit einverstanden ist. Aber ich erwarte, dass man in der Nutzung eines Mediums wie der Wirtschaftswoche dann sich damit auseinandersetzt. Und dann entsteht Energie, indem ich entweder sage, cool, das ist eine gute Position, damit kann ich was machen, damit kann ich arbeiten. Oder ich sage, uncool, will ich nicht, reibe ich mich dran, entsteht auch Energie und Wärme durch Aufregung. Und dann kann ich mir dadurch eine andere Position bilden. Das ist sozusagen die Aufgabe, die auch solche Meinungsformate haben. Und ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo Journalismus nur Fakten transportieren darf. Aber wir haben in Deutschland eine Situation, wo der Umgang mit Meinungsformaten schwierig ist. Wenn du in die angloamerikanische Welt guckst, hast du eigentlich sämtliche Qualitätsmedien, Financial Times, Economist, die New York Times, die sich zu allem klar positionieren. Zum Beispiel zu einer Wahlentscheidung. Die sagen, die Empfehlung des Economist ist, beispielsweise Großbritannien soll in der EU bleiben, soll nicht per Brexit rausgehen, weil wir das und das und das als Argumente sehen. Wenn du das in Deutschland machst, dann hast du sofort ein Problem. Du bist ein Profi, Miriam, weil der nächste Titel ist London Grammar. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Und Strong, hier in der Blauen Stunde mit mir, Miriam Meckel, sehr angenehm. Soll ich es noch sagen? Ne, ich habe schon alles gesagt. London Grammar, Strong. Miriam Meckel, Miriam, wie oft habe ich jetzt seinen Namen gesagt? Du hast heute strahlend blaue Augen. Du kommst gerade aus Austin zurück. Du warst in Austin, Texas. Genau. Und ich habe, als ich dich gesehen habe, gesagt, hey, gut siehst du aus, wie immer. Aber ich meinte das heute nochmal besonders. Aber diese Augen habe ich schon seit vielen, vielen Jahren immer bei mir. Ich habe eine Faszination dafür, weil ich habe ja braune Augen und deswegen bist du sozusagen mein unbekanntes Gegenüber. Du wirst mir aber immer bekannter. Je häufiger wir uns treffen, was ich sehr gerne mache mit dir und je häufiger wir sprechen, was mich auch sehr bereichert im Übrigen, auch heute. Wir sind ein bisschen auf den Weg gekommen der Weltpolitik und deiner Aufgabe, diese Weltpolitik zu kommentieren, verständlich zu machen, zu übersetzen, wie wir es genannt haben. Und im nächsten Schritt waren wir schon knapp davor, über das, was euch vorgeworfen wird, euch Presseleuten zu sprechen. Nämlich über die tendenziöse Lügenpresse, über das, was ihr aus dem macht, was Nachrichten sind. Fake News ist ein viel besprochener Begriff, der durch die Gazetten geht. Trifft dich das? Ist das etwas, gegen das du angehst? Sagst du, wir werden da ungerecht behandelt? Ja, natürlich trifft mich das und ich glaube, das ist absolut notwendig, dass wir uns als Medien damit auseinandersetzen. Aus zwei Gründen. Erstens, ich glaube, dass es ungerecht ist, Medien grundsätzlich als Lügenpresse zu bezeichnen. Ich finde es auch schlimm, dass dieser Nazi-Begriff jetzt wieder so wirklich salonfähig geworden ist. Und das meine ich, wie ich sage, weil er taucht an Stellen auf, wo man sich wirklich nur noch wundern kann. Und das andere ist aber auch, dass wenn sowas passiert und so ein Begriff jetzt wieder salonfähig wird, muss man sich fragen, woran liegt das? Und ich glaube schon, dass Medien, genauso wie die Politik, über die wir eben gesprochen haben, notwendigerweise darüber nachdenken müssen, was können wir besser machen und machen wir auch Fehler? Oder sind wir auch Teil einer Blase in der Weltbeobachtung, wo zu Recht kritisiert wird, dass wir nicht alles so darstellen, wie es ist? Also diese Selbstreflexion ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist. Um auf diese Nazi-Geschichte zurückzukommen, du spielst auf die Türkei an, ohne dass sich irgendjemanden in Schutz nehmen will. Und siehst du da eine Parallele zwischen den Vorwürfen, die viele Deutsche den Türken, insbesondere dem türkischen Ministerpräsidenten, Staatspräsidenten machen, auf dem Wege in eine Diktatur zu sein, wenn sie vergleichen, den Ausnahmezustand mit den Ermächtigungsgesetzen und gleichzeitig aber sehr empfindlich sind, wenn er das zurückgibt? Ist das nicht eine Gleichheit der Mittel, die für mich unangebracht ist, aber auf beiden Seiten eingesetzt wird? Naja, historische Vergleiche sind immer schwierig. Soll man eigentlich nicht ziehen. Trotzdem finde ich es legitim, aus der Geschichte zu lernen und zu sagen... Ein bisschen weichst du mir aus. Nee, nee, ich wäre noch nicht fertig. Und zu sagen, wir haben eine Situation, die zumindest interessante Aspekte hat. Also die Faszination und auch die Begeisterung für Erdogan in der Türkei, die aus diesem wahnsinnigen wirtschaftlichen Aufschwung, den das Land bis zumindest mal 2012 genommen hat, kommt, ist ja verständlich. Und dass sozusagen die Lebensverbesserung, die Menschen spüren bis hin nach Anatolien, da zu positiver Reaktion führt und auch zu einer gewissen Toleranz von vielleicht Dingen, wo man sonst erstmal denken würde, hoch seltsam, wie die eigene Machtposition durch diesen Präsidenten definiert wird, das kann ich schon in Ansätzen verstehen. Und trotzdem finde ich, man darf es auch kritisch reflektieren. Darf man denn mit jemandem Geschäfte machen, den man auf der anderen Seite für einen Diktator hält? Geschäfte machen, weiß ich nicht. Ich glaube nur tatsächlich, man muss in Kontakt bleiben. Ich halte nichts davon, Kontakt abzubrechen, weil Stille ist immer der Raum, in dem noch mehr Frustration, auch Gewalt und anderes entstehen kann. Ist der Flüchtlingsdeal kein Geschäft? Na, der ist schon ein Geschäft, klar. Warum ist dann Erdogan gut genug in dem Moment, wo er uns die Flüchtlinge vom Hals hält und dann, wenn er uns als Nazis beschimpft, ein Demagoge? Also ich glaube, dass Erdogan an vielen Stellen eine Demagoge ist, nicht erst, als er uns als Nazis beschimpft hat. Ich würde mit diesen Begrifflichkeiten vorsichtig sein. Ich finde, immer sind Nazi-Vergleiche Mist erstmal. Und wenn einem nichts anderes einfällt, dann ist man schon mal auf der Verliererseite. Hat er uns als Nazis beschimpft oder hat er gesagt, wir sind in der Tradition des Nationalsozialismus? Ja, ich glaube, er hat von der Tradition gesprochen. Ich frage nicht, du weißt ganz genau, ich frage nicht, weil ich Erdogan-Anhänger bin, im Gegenteil. Aber ich suche nach den Argumenten und ich suche nach der Differenzierung der Argumente. Also es hilft überhaupt nichts, jedenfalls, was gerade an Eskalation passiert, dass man sich gegenseitige Nazi-Methoden vorwirft, ist einfach nur schädlich. Und dass man den Türkei-Deal kritisieren kann, habe ich auch getan zum Beispiel und zwar sehr dezidiert, das ist natürlich richtig. Und dass wir aber auch unsere eigene Integrationspolitik hinterfragen. Richtig, ganz genau. Und das gehört zusammen. Also es gibt immer an den beiden Enden einer Strippe, gibt es immer zwei, die dafür verantwortlich sind, ob die ordentlich gespannt ist, ob sie zum Zerreißen gespannt ist oder ob sie durchhängt. Und das ist bei dieser Geschichte natürlich der Fall. Wir haben Fehler hier in Deutschland gemacht, erhebliche sogar. Welche zum Beispiel? Ja, indem man zum Beispiel die Entscheidung von Angela Merkel, die ich richtig finde, in einem ersten Move zu sagen, als diese Tausende von Flüchtlingen auf der Autobahn Anfang September 2015 waren, zu sagen, wir müssen da jetzt was tun, wir müssen die Grenzen öffnen, hätte man trotzdem sagen müssen, das ist aber eine Ausnahmesituation und hätte dann anfangen müssen, sofort zu verhandeln und zu gucken, wie man es lösen kann. Welche Fehler haben wir in der Integrationspolitik gemacht? Warum sind die Türken so sauer? Ich glaube, weil es eben gar keine wirkliche Integrationspolitik gegeben hat. Es hat eigentlich ein Leben in Deutschland gegeben, ja auch wieder in Blasen von türkischen Communities, wo man gerne die Arbeit, ja Stichwort Gastarbeiter sagt ja schon alles, die Arbeit genommen hat, aber eigentlich sich mit dem Leben nicht so wirklich auseinandersetzen wollte. Da gibt es viele Ausnahmen, aber ich glaube, in ganz wesentlichen Bereichen, fährt man mal ins Ruhrgebiet, Duisburg-Nord und so, da erlebt man das ja, da ist das schon echt gar nicht gelungen. Es ist aber auch vielleicht gar nicht wirklich versucht worden. Erinnerst du dich daran, dass die ersten NSU-Morde als interne Fäden bezeichnet wurden? Absolut erinnere ich mich daran. Und dass zwölf Jahre später erst eine Gedenkminute abgehalten wurde? Glaubst du, man hat sich die Türken auch ein bisschen verprellt, gerade die in Deutschland leben? Ja, und ich glaube, dass da auch gerade in der Politik eine ganze Reihe von Verantwortlichen sich sehr bewusst sind, dass da richtig einiges schief gelaufen ist. Und Erdogan nutzt es eigentlich nur noch aus? Er nutzt es jetzt aus. Liegt hier auch, sozusagen liegt auf dem Tisch, ja. Das ist sozusagen der... Steilvorlage. Die Steilvorlage, den macht er rein. Das ist wie ein Elfer und keiner steht im Tor. Ist es dann nicht dumm, von den Türken in diese Falle zu tappen und sich aufhetzen zu lassen gegen seinen eigenen Gastgeber, der eigentlich in den letzten Jahren mit offenen Armen dastand und gesagt hat, kommt, wir nehmen euch als einen Teil unserer Gesellschaft an? Naja, das weiß ich nicht, ob ich das als dumm bezeichnen würde. Ich glaube, in einer frustrierten Situation, in der ja viele Türken auch aus dieser Situation, in der sie leben in Deutschland mit der mangelnden Integration sind, ist es emotional naheliegend. Ich glaube, das ist einfach, wie an vielen Stellen, falsch, das auch aus einer rein rationalen Perspektive zu betrachten. Nein, deswegen habe ich ja gerade versucht, sozusagen im Schnellflug die unterschiedlichen Pros und Antis dieser Diskussion aufzuführen. Es ist sehr schwer, ne? Also ich finde es sehr schwer, da eine Position zu haben, die eindeutig ist. Geht dir das auch so? Ja, das ist sehr schwer und es ist eben tatsächlich, wenn man es aus einer empathischen Perspektive betrachtet, sehr viel komplizierter, als wenn man einfach sozusagen außenpolitische oder diplomatische Regeln zugrunde legt. Weil das kann man machen, aber das ist weltfremd. Ist auch nicht unser Job. Wir machen gleich im letzten Take ein bisschen Weltpolitik. Hast du Lust dazu? Sehr gerne. Miriam Meckel ist bei mir zu Gast. Hier ist die blaue Stunde. Sehr angenehm, sehr angenehm, sehr angenehm. Es macht großen Spaß, mit dir zu reden. Radio 1. Nur für Erwachsene. Wir sind immer noch bei der blauen Stunde. Ja, leider, weil die blaue Stunde ist so kurz mittlerweile, dass ich sie eine blaue Minute eigentlich nennen müsste. The Greatest von Sia. Ich habe dir gerade gesagt, die Musikauswahl, die du hast, ist so stringent, dass ich mir vorstellen kann, dass du das auch wirklich hörst. Und nicht nur einfach so abgegeben hast, damit wir denken, oh, hat die einen coolen Musikgeschmack. Nee, das ist schon aus meiner Megatop-Playlist. Super, finde ich sehr, sehr gut. Miriam, ich will nicht zu schleimig sein. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, wie sehr ich dich schätze und wie toll ich das finde, was du machst. Und ich habe auch vergeblich versucht, dich ein bisschen aufs Glatteis zu führen mit der Türkei-Debatte. Ich habe gemerkt, da wirst du ein bisschen, du bist nicht zögerlich, aber du hörst dich dann selber sprechen, glaube ich, in dem Moment, oder? Ja, ich glaube eher, dass es wirklich auch schwer ist, da eine radikale Position zu vertreten, weil man wird dann dem Thema nicht gerecht und dem Problem nicht gerecht. Dann lass uns jetzt einfach innerhalb eines halbsatirischen Amts ein bisschen radikaler werden. Was wünschst du dir? Wohin soll die Reise gehen in Deutschland? Nehmen wir aktuelle Sachen. Was sollen Deutsche und Türken miteinander machen? Sich besser verstehen, sich austauschen über das, was wir beide voneinander an Erfahrungen lernen können. Und eine etwas offenere, internationale Gesellschaft würde uns ja auch nicht schlecht tun. Welchen Teil lieferst du dazu? Ideen, Anregungen, Gesprächsbeiträge. Nein, ehrlich gesagt nein. Kommst du mich besuchen? Ja, sofort. Okay, das werden wir. Was machen wir mit Trump? Was machen wir mit den Populisten? Schmeißen wir sie in einen Topf? Bleiben wir nervös? Bleiben wir nervös? Werden wir wieder ruhig? Also ich glaube, erst mal damit auseinandersetzen. Das Gespräch suchen, sich streiten, Argumente anbringen, das ist das Erste. Ich komme aus einer sehr liberalen Tradition. Ich sage immer, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, uns argumentativ zu streiten, um dann davon auszugehen, dass ein besseres Argument auch gewinnen kann, dann ist schon ziemlich viel verloren. Und es gibt ja auch kleine Hoffnungsschimmer. Wenn ich in die Niederlande gucke, wo Gerd Wilders gerade die Wahl nicht gewonnen hat, entgegen vieler Prognosen, dann ist ja doch noch ein bisschen Musik drin, dass vielleicht sozusagen die populistischen Bestrebungen eine Aufruhr waren, aber jetzt auch irgendwie vielleicht wieder Gegenbewegungen kommen. Was machen wir mit uns selbst? Gehen wir von der Politik wieder zu uns? Auch uns erst mal mögen. Ich glaube, in Deutschland würde es an vielen Stellen helfen, wenn man sich ein bisschen mehr mögen würde und auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte und einfach mit einer Lebensfreude und einem Optimismus in die Welt schauen würde und nicht so bürokratisch verquast und frustriert an vielen Stellen an Sachen rumdoktert, wo alle erst mal schlechte Laune kriegen und da kann nichts daraus kommen. Und du als Kommunikationsexpertin. Kommunikationsexpertin. Wir haben neulich das auch gesagt, als wir uns getroffen haben. Häufiger sich mit guten Freunden treffen. Ja. Weg aus dem Internet. Das ist das Schönste. Ja. Mache ich wirklich sehr viel. Und diese Gespräche sind mein Quell für Lebensfreude und auch für Energie und auch für neue Ideen. Wir streiten uns dann auch durchaus, aber da kommt was bei rum. Und am Schluss hören wir dann ein Karnevalslied, wenn gar nichts anderes mehr geht. Das musst du dich jetzt noch unterbringen, damit ich dich mal einmal quälen kann. Weil der Titel, den ich ausgesucht hatte auf meiner Playlist, nämlich sozusagen strategisch absichtsvoll nicht gespielt wird hier in dieser Sendung. Das ist ein bisschen Macht, die ich hier habe. Mehr auf die Tradition oder mehr auf die Moderne? Verbindung von beidem. Wir brauchen Tradition, um das zu verstehen, wo wir herkommen. Und wir brauchen Innovationsfreude und einen offenen Geist für die Zukunft, um nicht uns selbst langweilig zu werden und um das rauszufinden, was wir alles noch machen können. Was ist das Gegenteil von Depression? Ein fröhliches Leben. Hast du das? Ja, also ich habe auch zwischendurch mal dunkle Stunden, das ist so. Ich glaube, das gehört auch dazu, wenn man diese Erfahrung mal hatte, dann gibt es so Wiederkehrmomente, aber ich kann sie besser erkennen und ich kann was draus machen und aufpassen, dass ich nicht wieder voll reinstürze in das schwarze Loch. Und deshalb ist mein Leben grundsätzlich sehr, sehr schön, sehr reich und auch ganz oft sehr, sehr fröhlich. Also hinnehmen und annehmen, egal, ob es in dem Moment gewertet ist, positiv, negativ, sondern es ist so, wie es ist und man geht damit um. Es ist, wie es ist und es küt wird küt. Jetzt sind wir nämlich beim Karneval. Wie der Rheinländer sagen würde. Das ist diese Gelassenheit. Ich finde, dass du sehr gelassen bist. Du wirkst auf mich sehr gelassen. Ich finde, das ist eine gute Mischung zwischen fokussiert und entspannt. Und ich wünsche dir das, dass das so bleibt. Ich bin ganz sicher, dass das so bleibt und dass du mich weiterhin so inspirierst. Du hast mich mindestens in einem Punkt sehr weit gebracht. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich als Kolumnist in der Wirtschaftswoche schreibe. Siehst du, es gibt Überraschungen. Auch diese, die man über sich selber erfahren kann. Und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ich bin dir auch dafür sehr dankbar, dass du heute hier warst. Ich freue mich auch immer über die vielen E-Mails, die ich auf deine Kolumnen von entzürnten Lesern bekomme. Das ist immer schön. Dann habe ich wieder was zu schreiben. Ist das mehr als hier bei Radio 1? Ich weiß nicht, wie viele es hier sind deshalb, aber es gibt schon immer Reaktionen. Ich glaube, aber da sind wir doch einer Meinung. Solange wir etwas in den Menschen bewegen, haben wir unsere Pflicht erfüllt. Absolut. Sonst ist es auch langweilig. Und ich hoffe, dass wir das heute haben. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Bleib so guten Mutes, wie du es bist. Und wir beide treffen uns noch. Ist das eine Drohung oder eine freudige Ankündigung? Das ist eine absolut freudige Ankündigung. Danke, dass du da warst, Miriam. Bis bald. Ich danke. Das war die Blaue Stunde am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr. Heute war bei mir zu Gast Miriam Meckel. In der nächsten Woche, da gibt es ein Best-of und danach gibt es den Osterhasen. Der hat dann ein paar Eier versteckt und ich hoffe, ihr sucht alle schön. Und danach hören, sehen, fühlen und sprechen wir uns wieder. Bis dann. Radio 1 Nur für Erwachsene